Im letzten Video haben wir das B-1 Komplement behandelt. Nun betrachten wir das B-Komplement. Prinzipiell ist das sehr ähnlich. Der erste Unterschied ist in der Bezeichnung. Während wir im Binärsystem würden wir das B-Komplement als Zweierkomplement bezeichnen. Geht erstmal alles genauso. Wir identifizieren, ob es sich um eine positive oder negative Zahl handelt. Dafür schauen wir auf die höchste Stelle. Und falls es sich um eine negative Zahl handelt, drehen wir die Zahl um, addieren dann allerdings 1. Das ist der einzig wahre Unterschied im Vorgehen in der B-Komplement-Darstellung. Und dann interpretieren wir den Betrag. Als Beispiel haben wir hier wieder eine Binärzahl mit 8 Stellen in B-Komplement-Darstellung und wir sollen den Dezimalwert ermitteln. Die vorderste Stelle deutet an, dass es sich um eine negative Zahl handelt. Daher möchte ich sie umdrehen. Also Flip. Dann addieren wir 1 dazu. Dann interpretieren wir das als negative Zahl. Dabei handelt es sich hier um 11 in der Summe. Und hier 16 plus 32 ist 48, ist also minus 59. Als nächstes haben wir eine Hexadezimalzahl. Es handelt sich wieder um eine negative Zahl. Dann drehen wir sie wieder um. Addieren 1 und erhalten als negativen Betrag 3 mal 16 plus 15 ist in der Summe 48 plus 15, ist 65. Also minus 65. Und zuletzt haben wir wieder eine etwas ungewöhnliche Basis, nämlich eine 12er Basis und 4 Stellen. Es handelt sich wieder um eine negative Zahl. Nun erstelle ich mir wieder meine Umdrehtabelle. Die ersten 6 darstellbaren Zeichen. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Und die 5 würde dann zur 6 umgedreht werden, die 4 zur 7 und so weiter. Drehen wir also die 9, 2, 1, 9 zur 2, 9, A, 2 um. Dann addieren wir wieder 1. Und das ist dann in der Summe 3 mal 12 hoch 0, also 3. Dann haben wir außerdem A wäre 10 mal 12 hoch 1, also 120. Dann haben wir 9 mal 12 zum Quadrat. Das ist 9 mal 144. Und dann nehme ich eben den Taschenrechner zur Hilfe. 1.296. Und dann haben wir noch 2 mal 16 hoch 3. Sollte in der Summe dann die Minus 9.611 als Dezimalwert ergeben. Das ist die Minus 63. Und zuletzt füllen wir dann wieder unsere Tabelle oben aus. Und im B-Komplement können wir die positiven Zahlen wieder direkt interpretieren. Bei der 1, 0, 0 handelt es sich, also drehen wir die 1, 0, 0 um. Wird zu 0, 1, 1. Wir addieren 1 dazu. Dann haben wir 0, 1 gemerkt. 0, 1 gemerkt. 1. Also handelt es sich hier um die Minus 4. Minus 3, Minus 2 und Minus 1. Damit haben wir den Vorteil im B-Komplement, dass wir keine doppelte 0 erhalten. Dadurch, dass jedes Mal, wenn wir eine Zahl darstellen, nach dem Umdrehen 1 addieren. 1. 10. 10. Untertitelung des ZDF, 2020